Was ist Hydrocellerhoden? Hydroceller-Testis ist eine Erkrankung, bei der Flüssigkeit die Tunica vaginalis, einen Sack, der einen Hoden umgibt, ausfüllt und Schwellungen im Hodensack verursacht. Eine Hydroceller, der flüssigkeitsgefüllte Beutel, wird häufig bei Neugeborenen gefunden und kann auch bei älteren Kindern oder Erwachsenen vorkommen. Bei Neugeborenen tritt es auf, wenn sich der Sack um die Hoden nicht vollständig schließt, während sich das Baby im Mutterleib entwickelt. Bei älteren Kindern und Erwachsenen kann dies aus verschiedenen Gründen auftreten, zB bei Entzündungen, Infektionen oder Verletzungen im Hodensack. Hydrocellerhoden sind nicht schmerzhaft und verschwinden normalerweise von alleine. Im Mutterleib steigen die Hoden eines Babys von seinem Unterleib zu seinem Hodensack herunter. Der Sack um die Hoden schließt sich normalerweise, und eventuell verbleibende Flüssigkeit wird letztendlich absorbiert, aber manchmal schließt der Sack nicht vollständig. Wenn dies nicht der Fall ist, kann Flüssigkeit ein- und ausfließen, was zu einer Hydroceller führt. Ein Sack, der nicht den ganzen Weg schließt, wird als kommunizierender Hydroceller bezeichnet. Da Flüssigkeit strömt und austritt, kann es zu unterschiedlich großen Schwellungen kommen. Wenn der nicht geschlossene Sack bei der Geburt anwesend ist, sich aber von selbst lässt, wird der Zustand als nicht kommunizierender Hydroceller bezeichnet. Das Hauptsymptom, das mit Hoden von Hydroceller verbunden ist, ist das Anschwellen in einem oder beiden Hoden. Die Hydroceller ist normalerweise schmerzlos, glatt und kann sich in der Größe verändern. Bei Erwachsenen kann die Schwellung aufgrund eines schweren Gefühls im Hodensack unbehagen verursachen. Hydroceller Hoden sind zwar im Allgemeinen harmlos, sie können jedoch manchmal ärztlich behandelt werden, insbesondere wenn die Schwellung nicht von selbst abklingt. Bei der Diagnose von Hoden von Hydrogele führt der Arzt normalerweise eine körperliche Untersuchung durch, und er kann auch einen Ultraschall verwenden, um seine Diagnose zu bestätigen. Während der körperlichen Untersuchung kann er feststellen, was die Erkrankung verursacht. Außerdem kann er feststellen, ob es sich bei der Schwellung nicht um eine Hydroceller handelt, sondern um eine Leistenhernie. Dies ist eine Erkrankung, bei der ein Teil des Dünndarms durch die untere Bauchwand ragt. Hydroceller Hoden benötigen normalerweise keine Behandlung. Bei Neugeborenen sollte der Sack innerhalb eines Jahres von selbst geschlossen werden. Bei Erwachsenen sollte sich auch das Hydroceller auflösen. Wenn der Zustand zu viel Unwohlsein verursacht, zu groß wird und zu Entstellungen führt oder nicht von alleine heilt, umfassen die Behandlungsoptionen die Nadelaspiration oder einen chirurgischen Eingriff. Ist das ein Observschild. Vielen Dank.